So, da bin ich schon wieder zurück mit einer kleinen Info, nämlich wir kriegen wieder zwei nette Items, beziehungsweise Sprays geschenkt, wenn wir wieder Streamer XY zugucken. Wir gucken gerade, wer das Ganze ist. Das ist einmal Katamina oder halt Discusitoast, denen halt 15 Minuten zugucken. Verbindet euren Twitch-Account mit Fortnite, beziehungsweise Epic Games und so bekommt ihr dann auch die Gratis-Belohnung. Einmal halt hier das Spray, dann bekommen wir noch das Sprayspray. Oh Gott, Sprachfehler, man merkt, dass ich kein Engländer bin. Dann müssen wir aber irgendeinem zugucken, der halt auch die Unreal Engine benutzt, beziehungsweise drin hat. Ich verstehe es selber noch nicht so ganz, aber ich werde es noch ausfinden. Macht euch mal da keine Sorgen. Da müssen wir allerdings 30 Minuten zugucken und da bekommen wir auch das Spray. Also mal wieder zwei nette Sachen, hier das Spray geht. Aber sind wir ehrlich, schreibt mir in die Kommentare, wer benutzt heutzutage noch ein Spray? Also ich nicht. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video, wenn neue Infos, generell was Fortnite rauskommt. Ich werde natürlich wieder da sein und in dem Sinne euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.